Die verbotene Waffe! Okay, Warpreise. Wir reisen jetzt... Oh, Solarkern. Okay. Wir reisen jetzt etwas später in den Solarkern. Wunder austauschbar. Veränderlich. Dann habt ihr herausgefunden, was Terratul in diesem Schlüsselstein entdeckte? Ja. Wenn ich es richtig verstehe, führt er uns nach Ulna. Ulna. Dieser Ort ist ein Mythos. Ein Reich aus zahlreichen Legenden. Die Heimatfelddexel Naga. Ich glaube, dass der Schlüsselstein ihren Standort verrät. Zeig mir, wo, Charax. Das kann nicht sein. Ich... Ich muss mich irren. Der Altarische Riss? Das ist unmöglich. Nichts könnte ihm mitten solch gewaltiger Kräfte überleben. Ich... habe versagt, Dirach. Das denke ich nicht, Charax. Es heißt, die Xel Naga kamen von einem Ort, an dem kein Leben möglich ist. Das deckt sich mit Terratuls Prophezeiung. Wir werden dorthin reisen. Bereitet alles vor. Krass, aber okay. Zerratul, viele hielten Euch für verrückt. Und doch habt Ihr einmal mehr den Weg klarer gesehen als wir alle. Der Schlüsselstein führt uns in den Altarischen Riss. Nach Ulna. Der Heimat der Xel Naga. Es ist meine Bestimmung, Eure Aufgabe fortzuführen, alter Freund. Ich werde die Xel Naga erwecken und Euer Vermächtnis ehren. Ich glaube, die sind alle tot. Wie ist das möglich? Wir hätten in Einzelteile gerissen werden sollen. Und doch stehen wir hier. Zwischen den Universen. Zerratul hatte recht. Es ist Ulva. Seht, Matriarchen. Die Quelle allen Lebens. So lange verborgen. Ja. Aber warum? Tja, warum? Das ist die Frage. Die werden wir wahrscheinlich jetzt vergründen. Also könnte ich mir zumindest vorstellen. Ein Wunder hat uns den Weg hierher gewiesen. Kriegsrat. Es fällt schwer zu begreifen, dass diese Welt unter uns tatsächlich unnah ist. Die Heimat der Ihan-Rei. Der Xel Naga. Die Judikatoren vermuteten, dass die Xel Naga von Ayur zu einem solchen Ort zurückkehren. Man sagt, sie ruhten hier in einem Äonen währenden Schlaf. Zerratul glaubte, dass das Artefakt uns den Weg zur Hoffnung weisen würde. Die Xel Naga sind möglicherweise diese Hoffnung, von der er sprach. Den Legenden zufolge warten die Xel Naga dort unten darauf, von ihren Kindern erweckt zu werden. Dann lasst uns hoffen, dass die Legenden wahr sind. Hoffen wir auch mal. Oder hoffe ich jetzt auch mal, ne? Was sagt Phoenix? Phoenix, ihr scheint betrübt. Verzeihung, Hierarch. Ich habe über die Ereignisse nachgedacht, die mich hierher geführt haben. Ich habe entdeckt, dass meine Erinnerungen Lücken aufweisen, Schlachten, die in den Archiven des Schiffes aufgezeichnet wurden und an die ich mich eigentlich erinnern müsste. Was habt ihr gefunden? Aufzeichnungen über meine Niederlage bei Antioch und meine Wiederbelebung als Dragona. Doch dieser Körper, es ist offensichtlich, dass ich kein Dragona bin. Diese Aufzeichnungen verraten noch mehr, Phoenix. Aber was er herausfindet, könnte schmerzlich für euch sein. Ich bin gewillt, der Wahrheit ins Auge zu blicken, alter Freund. Wie schwer es auch immer sein mag. Dann hoffe ich, dass ihr die Antworten finden werdet, die ihr sucht. Es wird schmerzlich, wenn er weiß, dass er eigentlich tot ist. Es ist mir ein Rätsel, wie Zeratul vorhersehen konnte, dass uns der Schlüsselstein hierher führen würde. Mittlerweile ist es klar, dass dies sein primärer Zweck war. Zeratul war mit einem Ausdruck der Realität verbunden, der sich meinem Verständnis entzieht. Dieser Ort sollte nicht existieren. Er steht im Widerspruch zu allen wissenschaftlichen Gesetzen und den Grundfesten der Astralmechanik. Einst glaubte ich, wir Protoss hätten den Gipfel allen fassbaren Wissens erreicht. Ich war töricht. In dieser Galaxie existiert weit mehr, als das Verständnis der Protoss fasst, Freund Carax. Das stimmt. In dieser Tatsache bin ich mir jetzt bewusst. Selbst die Taraner wissen ein paar Sachen mehr als die Protoss, habe ich so, würde ich mal so sagen. Das sieht so aus, als wäre der Empfang von Übertragungen innerhalb des Risses nicht möglich. Wir sind auf uns allein gestellt. Okay. Dann starten wir da mal rein. Die Sensoren der Speer des Ardun orten etwas, das wie ein Zugang zum Tempel aussieht. Unsere Schiffe warten auf euren Befehlen. Und der Astralaschall sind in den ersten sechs Minuten ein und halten sie es bis zum Ende der Mission. Das ist schwierig. Also ich weiß ja eh nicht, wie genau das jetzt, äh, so, wie es so aussieht. Dies ist die Ruhestätte der Xel-Naga. Wir müssen einen Weg finden, den Eingang zu öffnen, wenn wir sie erwecken wollen. Was wisst ihr über den Tempel in den Tiefen, oberste Bewahrerin? Nur Mythen. Legenden. Hier auf Ulna beenden die auserwählten Völker ihren Zyklus und werden zu etwas hören. Es heißt, ihre bloße Anwesenheit würde den Weg ins Innere öffnen. Ich glaube, diese Stellarschlösser sind die Wohlsungen. Schickt unsere Truppen los, um sie zu sichern. Vielleicht erhalten wir so Hinweise darauf, was zu tun ist. Hierach, die Taldarim sind hier. Sie übernehmen die Kontrolle über die Stellarschlösser. Hm. Hm. Wir werden Amon zeigen, dass wir noch nicht besiegt sind. Dies ist die Ruhestätte der Xel-Nager. Wir müssen einen Weg finden. Ich überspringe das. Ich schneide das einfach wieder zusammen. Und gut ist. Ohne Witz. Ach, ganz ehrlich. Ich hab echt keinen Bock mehr. Ich mach die Mission jetzt zum zweiten Mal. Unsere Raumportale sind jetzt in der Lage, Phönixe heranzuropen. Sie sind sehr beweglich und gut dafür geeignet, den Feind aus großer Entfernung anzugreifen. Ich mach das jetzt zum zweiten Mal. Mich hat die Mission vorher schon so abgefuckt, weil ich jetzt, ich ohne Witz, ich hatte, ich war wirklich an diesem Punkt, und ich hatte einfach keine Möglichkeit mehr überhaupt irgendwas zu machen. Die Gegner haben die ganze Zeit irgendwelche Einheiten draus gespammt. Es war einfach, es war einfach insane. Ich bin jetzt auf, ich spiel jetzt auf normal. Weil schwer ist, ganz ehrlich, das ist mir, das übersteigt meine Fähigkeiten absolut. Wisst ihr, ich will ja eigentlich, ich will hier ja eigentlich nicht so weird ragen, aber das Spiel zwingt mich ja anscheinend mittlerweile irgendwie dazu. Ich muss auf jeden Fall nach da oben gehen, zuerst nach da oben gehen, weil da oben ist dann die, die Talda-Rim, äh, Dings, äh, Basis. Und wenn ich da relativ früh reingehe, ich meine, da müsste ich die eigentlich relativ gut stattkriegen. Weil sonst spammen die Einheiten, die spammen Einheiten raus, ich sag's euch, also vorher haben die Einheiten gespammt, das war insane. Dann kann ich, da bin ich gar nicht klar gekommen. Da baue ich ein Pylonen hin. Ich mach jetzt auch die strategischen Pylonen, die wichtig sind. Hinten ins Eck kommt einer hin. Da kommt auch mal so einer hin, damit ich hier die Energiefeld überschneiden kann. Und da unten kommt auch einer hin. So, dann habe ich jetzt dann wenigstens vier. Oh, ich muss auch eine Schmiede bauen. Amons Streitkräfte sind unterwegs zu unserem Nexus-Punkt. Ich weiß nicht, ob es Internet ist, was das Spiel will, dass ich halt lauter Phönix im Bau, aber, ähm, ja. Warum kann ich auf einmal fünf bauen? Oder warum konnte ich vorhin fünf, äh, ich hab das nicht verstanden, aber okay. Hab das Spiel halt irgendwie ein bisschen, ähm, da war ein bisschen buggy. Ich werde, by the way, jetzt die restlichen Missionen auf, äh, normal spielen. Ah, da ist ja auch kein Träger mit dabei, sondern bloß ein paar Scouts. Okay. Cool. Spam die wahrscheinlich auch nicht so krass Kolosse. Und die Möbius-Leute hier nicht krass, ähm, Dingens, äh, 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 wie heißen sie? Der Battlecruisers. Oh, das war schon schlimm. Ich sag's euch, das war schlimm. Warum kann ich jetzt auf einmal zehn machen? Ach. Oh mein Gott. Zurückgekehrt. Steckt sich das oder was? Krass. Auch normal nicht, äh, also oft schwer nicht so. Ich bin zurückgekehrt. Ich bin ganz ehrlich, dann greife ich jetzt mal an. Ich sehne mich nach dem Kahn. Sobald Amons Streitkräfte vernichtet sind, sollten wir mit unseren Kriegern das Stellar-Schloss aktivieren können. Ich durchstreife die Galaxies. Ja, hier waren halt auch bloß, äh, die, die Dings, äh, die Mortals, aber keine zwei, ähm, ähm, Kolosse. Diese Energie muss da lassen darauf schließen, dass sich der Tempel öffnet, wenn wir alle fünf Schlösser kontrollieren. Okay. Für all Tarnis. Ich bin zurückgekehrt. Mein Leben für Ajo. Oh, ich hab nicht genug Energie. Okay. Die hab ich schon mal abgewehrt. Ach, fuck, jetzt haben sie mein, jetzt haben sie aber trotzdem meinen, ähm, Keinerinnen-Monolithen zerstört. Ach, fuck. War ich zu langsam. Wie lang ist das her? Das war fast drei Minuten. Easy. Kein Ding. Da hab ich wahrscheinlich den Dings gerade angegriffen. Und das war schon auf screen. Das war irgendwie eine Verschwendung, aber muss ich halt jetzt machen, ne? Okay. 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 Habe ich schon in den Dings ran geworben? Ne, hab ich noch nicht. Ich hab nur einen Mist, ich bin zurückgekehrt. Roboterfabrik hole ich mir jetzt auch mal hier hin. Ja, ich hab auch mehr Mineralien. Und ein dunkles Schrein brauche ich auch. Jetzt wird da gespeichert, weil da geht's hoch zur Basis. Wo verwirrt sich der Pfeil? Angst ist eine Illusion. Ich komme aus dir. ich soll mal den links angreifen ich soll mal den links angreifen hat nicht so gut funktioniert ist ja wenn ich eines nicht mag dann ist es noch mal so ellen lang an einer mission zu hocken zieht euch aus der feindlichen basis zurückkriegen wir müssen uns auf die stela schlösser konzentrieren so wenn die mordlös Ich bin zurückgekehrt. Greife Feind an. Ich bin nicht ein Scham. Ich bin zurückgekehrt. Okay. Ich habe jetzt nicht genug des Pingas. Ich werde jetzt voll gemobbt. Wenn ich hier den Roboter-Docker aber zerstöre. Gern wir mal einen Pylonen an. Verdammt. Das wird ein bisschen schwieriger. Okay, ähm. Ich muss halt gucken, dass ich jetzt einfach irgendwie die Dings zerstöre, die ganze Pylonen. Und dann bin ich halt irgendwie so good to go oder glaube ich zumindest. Ich bin zurückgekehrt. Ich brauche mehr Werfuga-Verkehr. Ach, die haben halt mehr Einheiten als ich halt. Hier nach, äh. Boah, das ist halt nicht möglich für mich, ne? Ja. Ja, die haben hier so viele Einheiten jetzt drin. Ach, nein. Was hat die von uns? Im Namen der Took of Kanadas. Angst ist eine Illusion. Ich kann ja maximal... Mal ein paar dunkle Templer ranwurfen. Aber ich habe nicht genug Sphingas. Und die Sache ist halt, ich muss halt erstmal die... Ich muss halt dafür die Propes zerstören. Oh, mein Pylon. Mein Pylon wurde gewichtet. Ja, das ist mir bewusst. Mir ist dies alles bewusst. Ich bin zurückgekehrt. Ich bin die Klinge der Nerassie. Was wär Urlunada? Ja, weil auch actually ganz gut, wenn die, äh, keine Einheiten... Also wenn deren Base halt einfach zerstört ist. Die haben halt anscheinend auch keine Möglichkeit, hier wirklich ihre, ähm, meine Einheiten aufzudecken. Oh, so hat er keine Ohne dahinten. Wir befinden uns im Graf. Oh, 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 oh. Was verlangt ihr von uns? Ach, da oben haben wir auch nochmal ne Kanone. Ich wette aber, die haben noch irgendwo anders ne Base. Also entweder das oder, ähm... Der Flotten-Signalgeber. Angst ist eine Illusion. Ich bin lediglich ein Schatten. Was verlangt ihr von uns? Ich warbe jetzt einfach Lotto-Dolguns ran. Ich bin zurückgekehrt. Ich bin zurückgekehrt. Ich bin zurückgekehrt. Ich bin zurückgekehrt. Gerechtigkeit wird herrschen. Übertrage. Und dann greife ich jetzt einfach mal hier die ganzen, ähm, Flieger an. Ich bin zurückgekehrt. Aber die kommen halt da hinten zur Rettung, wenn hier der, ähm, was war das nochmal? triff mal die sind mir nicht wichtig jetzt habe ich wenigstens die schon mal fertig wir können die Talerien wenigstens keine Einheiten mehr nachspawnen wir haben halt wahrscheinlich auch irgendwo Gebäude die so rumstehen aber ganz ehrlich wie hier die Cannons sind mir wichtiger oder hier sind auch noch ein paar wir müssen stattdessen andere Einheiten schicken so Betonenkanone das ist auch dead das können zumindest von da oben keine Einheiten mehr kommen was eben actually schon mal gut ist ich habe schon gerade Angst dass ich die Aufnahme immer noch pausiert habe so das war ein bisschen Pain aber na gut meine andere Einheiten sind alle tot das ist schon mal das gut zu wissen ich bin zurückgekehrt ich bin zurück und mit denen fahre ich gerade einfach am besten können auch die Warpen wirklich noch Einheiten ran das ist quasi Einheiten außerhalb der Maps sozusagen ich warbe die Ladung des Schiffs an Bord der Speer des Adun um sie eingehender zu studieren wir stehen wir stehen hier ist zusätzliche Pilonen woher ich habe keine Pilonen mehr ja oder zumindest nicht genug Pilonen los da komme ich nicht mehr hin verdammt dann baust du halt da hin dann baust du halt da hin dann baust du halt da hin so so Vorbriffen ist auch Geschichte dann kann ich da Einheiten hinschicken die schicke ich da auch hin die schicke ich da auch hin genug meditiert genug meditiert die schicke ich da runter schicke ich da Einheiten hin da oben ist er noch das Ding der holt mir jetzt erstmal da unten nochmal das Ding dran wow die haben bloß einen Phasengleiter hingeschickt oder was wenn mich irgendwie so ein bisschen an King of the Hill wenn der Gegner halt nur eine Einheit hinschickt und du deine ganze Armee irgendwie da ablädst ja ich habe aber King of the Hill immer gehasst war mal kacke nicht weil ich schlecht drin wäre oder so sondern einfach weil King of the Hill immer so ein bisschen weird war der Feind hat ein Schloss erobert der Feind hat ein Schloss erobert wir müssen schnell handeln ja die machen auch immer noch trotzdem noch Battlecruiser und halt Phantome nein nicht mein Pylon ich bin zurückgekehrt ich bin zurückgekehrt ihr habt nach mir gerufen wie der Schaden Wärme unser Triumph ist nah also das ist auf eine stelle geschaffen oder auf eine einheit ich weiß nicht ob da mehrere einheiten von betroffen sind da unten haben sie auch wieder was hingeschickt ich bin wahrscheinlich wieder mit dem phasengleiter oder so hingeflogen ja tatsächlich ist unser triumph nah da muss ich mal ausnahmsweise recht geben greife Feind an ich muss ehrlich sagen ich halte aber auch relativ wenig von diesen rot aus lust anhalten mag den phoenix nicht so ja egal dass ich das obere erinnere alle fünf schlösser wurden eingenommen hier reich das tor beginnt sich zu öffnen es sieht so aus als hätten sich arm aus truppen zurückgezogen ich verspüre lediglich eine große stille im inneren des tempels dann waren wir erfolgreich in kürze werden wir erfahren was die vorhersehung für uns bereithält glauben wir es noch mal sondern verlorene stelle schlosser vier wir haben eine gravitation schreit im pogrom 13 verloren habe ich leider nicht geschafft aber ist egal ach miss ich fürchte die sperre des adun wird euch im inneren des tempels nicht unterstützen können seid bitte vorsichtig hier reich armons streitkräfte waren vor uns hier der tempel könnte sich bereits unter seiner kontrolle befinden serratul glaubte dass die anderen xel naga hier ruhen und dass sie uns helfen würden am und zu besiegen sie könnten diesen krieg beenden und damit meinem volk seine freiheit wiedergeben warum haben die xel naga uns dann nicht geantwortet ich werde mich allein in den tempel begeben matriarchen ich will nicht noch mehr leben maskieren ihr setzt euer leben aufs spiel im vertrauen auf die worte eines verräters er tötete eure mutter woration das ist wahr doch war ihr niemals ein verräter ich sehe nämlich nicht nach dem tod mein ziel ist es serratuls vision zu erfüllen ihr werdet zurückkehren dessen bin ich mir sicher meine kriege können mir im bevorstehenden kampf nicht helfen diese würde muss ich allein tragen ok aber ich kann ja trotzdem noch was zuweisen schiff sind angekommen und warnten darauf inspiziert zu werden ah korsaren das ist rupton jetzt hintergegner beim angreifen fügt leichten einheiten bundesschaden zu fügt lufteinheiten flächenschaden zu die helle warten so glaube ich das dunststrahlen ja jetzt rupton jetzt besser die korsaren sind auch schon besser so viele mythen und legenden spekulieren über die geburtstädte der xelna doch natürlich irren sie sich alle willkommen schlüsselstein für einen zweiten zweck neu konfiguriert worden hoffen wir dass uns die xelna selbst die wahrheit enttönen werden nach der ihr sucht ich glaube der ist einfach multifunktional der kann irgendwie alles mhm 30 solarit op-harmonisierung ja der similator ist halt gut ach die solarlanze ach diese solarlanze diese richter haben sich unsere armee angeschlossen es scheint als wären sie gewählt euch zu dienen oh also okay gut dann gehe ich jetzt in die nächste müssen gleich damit rein die sind Vielen Dank.